Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Community Tool. Das offiziell zweite Community ist jetzt online, Link wie immer natürlich in der Beschreibung. Und zwar möchte ich mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bei Patrick Schur bedanken. Der hat nämlich eine Sprachenerkennung geschrieben. Das heißt, das Tool erkennt, welche Sprache ihr eingegeben habt und kann es euch dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angeben, welche Sprache ihr gerade eingetippt habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier Hello World eingebt, was ja, ups, nicht Worlds, sondern World, was ja offensichtlich Englisch ist, dann habt ihr hier Englisch mit einer 81%igen Wahrscheinlichkeit, was ja offensichtlich richtig ist. Es könnte aber auch Norwegisch oder Deutsch sein oder einige andere Sprachen, die ich nicht mal kenne. Und ja, das finde ich mega spannend und wenn ihr Interesse habt, wie das Ganze geschrieben ist, das ist komplett in PHP. Das heißt, ihr könnt euch dieses Mal leider nicht den Source Code auf meiner Webseite angucken, aber er hat seinen GitHub-Link verlinkt auf eben genau diesem Forumsprofil hier unten. Das heißt, da könnt ihr einfach mal draufklicken und dann landet ihr wieder mal auf GitHub. Hier, genau. Wunderbar. Und dort findet ihr auch noch allerlei sehr, sehr andere spannende Projekte, zum Beispiel hier ein HTML5-Generator oder ein Number2Words-Generator oder ganz, ganz viele andere coole Dinge. Und was wir hier benutzt haben, ist das Language Detection Repository und ja, das ist ziemlich cool. Ihr könnt auch gerne mal reingucken, wie gesagt, komplett in PHP geschrieben, deswegen müsst ihr hier den Code angucken und ihr könnt auch ganz gerne mal durchgehen. Und zwar hier unter Source findet ihr zum Beispiel language.php und dann languageresult, den ngramm-Parser, den er auch selber geschrieben hat, den Trainer und den Tokenizer zum Beispiel. Und ja, ich würde euch da einfach mal empfehlen, schaut ein bisschen rein, das ist ein mega spannendes Projekt und ich habe es mir auch selber. Durchgelesen, ziemlich coole Sachen und ich möchte hier nochmal ganz herzlich mein Dankeschön aussprechen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich warne euch schon mal vor, es kommen in der nächsten Zeit noch ein paar Community Tools, worüber ich auch sehr, sehr glücklich bin. Gut, wir hören uns, bis dann. Ciao.